Hallo und herzlich Willkommen in der Grafschaft von Eschenlohe. Ja, das wird dann ab dem 13. Mai mein neues Projekt, mein neues Let's Play. Ich werde jetzt auf Iron Man spielen. Ich will mal die Erfolge hier bekommen oder mal versuchen Erfolge zu bekommen und nur mal kurz vorab zeigen, wie es denn dann losgeht. Also es ist hier, der Chef ist der Graf Walter von Eschenlohe. Er ist ohne Frau, hat allerdings schon eine kleine Tochter, wo die herkommt, weiß man nicht. Die Gerhild und er selber ist ehrgeizig und er ist ein annehmbarer Unterhändler. Ansonsten würde ich sagen, seine Werte sind durchschnittlich. Er kann bis zu fünf Domänen haben. Das Haus heißt Alders. Durch sein Leonsherz, der Herzog Otto II. von Bayern. Wunderbar soweit. Und er ist gar nicht verheiratet. Das werden wir alles noch einstellen, noch erkunden. Schauen wir mal kurz in den Rad herein. Ja, die sind fast alle auch nicht besonders freundlich gestimmt. Im Moment noch wird aber hoffentlich besser. Also wie gesagt, ich wollte es nur kurz sagen, am 13. Mai geht es los. 15 Uhr. Ich werde das Evil Genius 2 schon weitermachen. Ich weiß noch nicht genau, wie es dann macht. Vermutlich werde ich das dann auf 17 Uhr verlegen. Aber dann vielleicht nicht mehr täglich Erfolge. Das werden wir sehen. Und wenn es sonst noch was gibt, dann vielleicht um 19 Uhr. Oder vielleicht auch Vormittag verlegen. Muss ich mir alles noch überlegen. Jedenfalls eins ist sicher. Der Graf Walter von Eschenlohe wird dann ab dem 13. Mai um 15 Uhr, sagen wir mal mehr oder weniger sein Unwesen treiben. Oder versuchen sein Reich zu erweitern. Und das Beste daraus zu machen. Ich selber freue mich schon sehr drauf. Weil ich eigentlich noch nie Iron Man Modus gespielt habe. Und ja, wird man sehen wie das ausgeht. Ich habe mal vor, immer so 30 Minuten Folgen zu machen. Äh, ja. Das werden wir dann sehen. Wenn es 40 Minuten werden, ist auch nicht schlimm. Man muss nur immer sagen, man muss ja erendern und so weiter. Ihr kennt das Thema. Alles klar. Ich würde jetzt sagen, bis zum 13. Mai, 15 Uhr an der Stelle. Und dann beobachten wir oder werden wir dem Graf Walter sein Schicksal leiten. Bis dann. Tschüss.